Aquarium und da ist das Schiff das qualmt und man kann diese Rufswolke man kann diese Rufswolke bis hinten bis es mit dem Horizont kollidiert Cowboywood Pier Da nochmal Hotelbunker und die Schiffe da hinten gehen da gehen wir gleich noch hin da 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 Du bist so schön. Du bist so schön.